hallo willkommen zu diesem neuen video ihr lieben christian ist hinter mir wir befinden uns heute ich würde sagen auf einen riesengroßen campus campus anlage und wenn wir hier weiterkommen ich bezweifelstark sind aber schon drinnen aber noch nicht im gebäude wir schauen einfach mal hier vor uns ist das gebäude mal sehen ob wir da einen weg finden ich bezweifle das ganz stark weil von außen so sieht es nicht so aus als ob man reinkommt hier eben war noch ein loch im zaun das haben wir genutzt sind einfach reingelaufen quasi ich bin gespannt das hat irgendwas mit garten zu tun schätze ich mal da müssen wir schauen jetzt hier überall solche kleinen gewächshäuser sind aber ich glaube nicht dass hier irgendwas aus ist wenn nicht hier noch der wachschutz kommt zu hier ist ein zaun der wird sicherlich auch zu sein siehst du was ich dachte du siehst irgendwie eine kamera oder sowas wenn wir jetzt nur hier gucken und dann müssen wir hier durch ganz schnell sobald die kamera kommt ich glaube es dann selbst nicht dass das hier ordentlich ist das ganze vergeben die hände sieht uns nicht hier ist ein schloss davor kommt es nicht rein ich denke auch dass es komplett zu ist das ding was wir gucken können ist hier eventuell auch das ist ein zeichen dass hier was drunter ist das ding da hier da ist irgendwas drunter hier gut begleitet uns noch mit raus hier werden wir nicht weiter suchen wenn es keinen eingang gibt gibt es keinen eingang in diesem bio campus oder so so ihr lieben also wir brechen ab wir müssen nichts riskieren auf keinen fall wir haben da auch keine lust drauf ist ein kurzes video knappes video es muss ja nicht sein dass wir irgendwelchen blödsinn machen wir machen die tür wieder fein säuberlich zu wenn euch das video gefallen hat das gerne daumen da oben da ich habe das ist in die kommentare das war wieder ein typisches urbex video das ist nun mal so wie es ist das gehört dazu das möchte ich euch auch zeigen das ist einfach so gut bis dahin auf morgen bis wiedersehen